Herzlich Willkommen zurück bei Orion und herzlich Willkommen zurück im Boatyop Forest. Wir haben beim letzten Mal fröhlich Banditen geprügelt und ich habe auch ein bisschen zwischen den Aufnahmen nochmal weiter gemacht. Ich habe jetzt nicht so ultra viel gemacht, aber zumindest sind wir jetzt auf Level 13, glaube ich. 13, wo steht denn das? Steht das hier mit? Ja, Level 13, genau. Und ich habe auch die beiden Ultimativen, nicht mehr Ultimativen, die beiden Erbearten, die wir schon haben, die beiden Orients, die habe ich schon auf Level 30 jetzt gebracht. Ich glaube, das könnten wir hier einsehen. Ja, tatsächlich, sogar Level 31 bei der Erre. Na, ist das denn verrückt? So, das ist auf Level 30, genau. Das heißt, ich habe ein kleines bisschen uns noch stärker gemacht und nachdem wir beim letzten Mal Onya fertig gemacht haben, die ja ganz schön mies uns verarscht hat, bleibt letztendlich nur noch den Anführer der Chorus Gang zu stellen, den wir bisher noch gar nicht irgendwie getroffen haben oder auf den wir noch gar keinen Hinweis hatten. Aber Onya hat ja gesagt, es gibt noch einen. Oder was? Irgendjemand anderes? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls müssen wir uns mal zu dem einen Teleporter durchkämpfen, der bei dem Händler ist, den wir da oben noch irgendwo haben. Da, genau. Da ist der Händler und da ist der Teleporter, zu dem wir müssen. Also, auf nach oben. Ich versuche mal jetzt nicht jeden Kampf mitzunehmen, aber so lange dauern die sowieso nicht. Das geht relativ schnell, dass wir die abgearbeitet haben. Egal, welches Erbe, welches Orion wir jetzt nehmen dabei. Schalten wir gleich auf Anger. Zack. Du auch noch. Wunderschön. Laden wir nochmal kurz auf den Fokus und dann geht's auch schon weiter. Also, ihr seht, die sind wirklich kein großartiges Problem mehr für uns hier. Wir können hier frohem Gemut des durchgehen jetzt. So, vielleicht schaffe ich es ja auch, gleich so abzukürzen. Nein, schaffe ich nicht. Okay. Weiß ich nicht, ob wir denn tatsächlich irgendjemanden hier auslassen können oder ob wir jetzt jeden Kampf mitnehmen müssen. Aber es dauert nicht so lange, bis wir oben sind. So, diesmal mit der Erbe. Sieht nicht ganz so spektakulär aus, wenn wir kein Feuer benutzen, aber geht auch. Achso, ich habe keine AP mehr. Das muss mir doch jemand sagen. So, da war das Erbe auch schon wieder weg. Na toll. Okay. Stellen wir es wieder her. Achso, stimmt. Die schießen ja die blöden Viecher. Okay, dadurch, dass der jetzt weg ist, kann ich dann auch mal ganz kurz mich heilen und meinen AP weiter aufladen. Und ich habe übrigens auch bei der kurzen Trainingssession, die ich da eingelegt habe, tatsächlich schon wieder zwei Errungenschaften freigeschaltet. Also einmal, dass ich Aron hundertmal benutzt habe und zum anderen, dass ich, ich glaube, 25 von den Ayangas bekämpft habe, von den Manditen. Also hier gibt es tatsächlich für alles Mögliche, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, Errungenschaften. Und ihr seht, allein durch diese eine Auseinandersetzung ist mein Orion um zwei Stufen gleich nach oben gegangen. Das geht also manchmal tatsächlich sehr schnell. Das nächste Mal, wir kommen doch ganz gut drumherum. Wunderbar. Dann erledigen wir das Ganze hüpfend. Das geht dann ein bisschen schneller und schon sind wir wieder raus hier. Okay, wir könnten noch mal kurz beim Händler vorbeischauen, wobei ich eigentlich denken würde, dass wir von allem durchaus genug haben. Von daher brauchen wir eigentlich nichts, glaube ich. Afonso, my dreams in the forest. Ja, ich glaube... Ne, davon brauchen wir, glaube ich, wirklich nichts. Ähm, oder? Ich glaube, wir haben eigentlich genug von allem. Ja, wenn ich so da oben reingucke, in meine Schnellzugriffsliste, das sollte genügen. Gut, der Teleporter geht wieder, das heißt, wir können uns auf den Weg machen. If we take this Kalu, we'll find ourselves right in the chorus gang's hideout. Wollen wir hierbleiben? Wollen wir gehen? Oder wollen wir zum Eingang vom Bodi auf zurückkehren? Blöde Frage, wir gehen natürlich. Auf geht's! Bandeer Diop. The leader of the chorus gang's right in front. Okay, da wird nicht lang gezögert hier. Oh, der Kampf läuft schon. Huh? Help! Was denn da los? Huh? Looks like something's happening down there. Let's go! Okay. Dann legen wir mal eine flotte Sola ein hier. The chorus gang's final battle lies ahead. Get ready. Der Rest kundigst nicht mehr lesen. Schauen wir einfach mal vorbei und werden sehen, ob wir das hinkriegen. Ich denke schon. Oh. Wir sind ein paar draufgegangen, huh? Huh? Bye, mein Schatz. Those who want my place, step forward. Hast du irgendwie das Gefühl verraten zu werden? Red Tunic. Red Tunic. You must be the Koryodon. Those who took care of Onya and Norbert for me. It seems you know who we are, chief of the chorus. You know why we're here. I am Nimrud Koros, recently challenged chief of the chorus gang. I'm sorry we meet in the midst of, let's say, a business restructuration. Business? Yes, let me explain. The Bodium Forest hosts heaps of immigrants each day who dream of reaching the beautiful city of Isao. Of course, Isao and his authorities cannot accept all these people. This is the faithful servant I am intervenes. The field where, this is where the faithful servant I am intervenes, enabling everyone to get his share. You think that killing people in the forest is a service you're rendering? Killing clients? No, of course not. The latest events are a result of, let's say, mismanagement issues. I divided the forest in two areas, controlled by my former associates. Each earned a percentage per immigrant's court. You see, some visionaries from Isao give these immigrants a chance to earn their place in the city. They just need to work for some time in the orionic mines of the continent. Oh, nett. Großartig. But the competition between my two last partners went beyond the professional realm. Onya became too ambitious. Poor girl, after all, I did for her. Was? Achso, das ist gar kein Punkt, ich bin blöd. Poor girl. After all I did for her, she tried to turn my gang against me. As my grandfather used to say, beat your wife every day. Even if you do not know why, she will know. A wise man, Grandpa Khorus. You speak of her as if she was a mere object. Object? Don't exaggerate. Let's try to remain professional in this conversation and not let our emotions drive us, would we? In a team, everyone was to sacrifice what he has to offer. Some of my business partners asked for, let's say, personal services. No one knows how hard it was for me to accept those special contracts. For me, too, it was not easy. Is he serious? If immigrants had such an opportunity, why do you treat them like commodities? Hmm, they don't always understand their luck. Often one must force them a bit to go down the mines. But that pays a lot of money, believe me. So are you interested? There are two vacancies and plenty of money to be made. Are you asking us to join your slave trade? I suggest that you leave Bodia, if you intend to live longer. Hmm, let's say that is the end of this job interview. You are not as stupid as Onya thought. What a shame. Ein seltsamer Kerl. Gut, damit geht's dann mal in den Kampf für uns. War letztendlich doch völlig klar. Ich find's mal so etwas seltsam, dass es seine eigenen Leute hier umgebracht hat. Hmm, you are an adapt in the art of the Karoo, ah, gut an. Slash quickly with your blade, strike hard with your body. That's your strategy? I'm a soldier trained in Upepukavu, the art of dry wind. The spider's web is powerless against the speed and force of the wind. You're not unlocked. He's skilled. Naima Yoda told me that our way of fighting is extremely rare. I must be careful, this will be a fierce fight. What? Geht's los? Wunderbar. Ich würd sagen, wir nehmen das Feuer. You and your man have awakened the wrath of the Koryodans. May the fire from my spear make you suffer like your victims. Oh yeah. Dann sammeln wir mal kurz, solange er sich noch Zeit lässt, zu uns zu kommen. Oh, ich glaub er hat Zeit. Was ist all this coldness? Er ist fast. Ich muss counter ihn, wenn... Keine Ahnung, konnte ich nicht lesen. Er hat also Eis als sein Element ausgewählt. In Ordnung. Dann müssen wir mal schauen. Ich sammle noch ein bisschen mehr. Okay. Vielleicht werde ich auch mal hier kurz die Heilung einlegen. Okay. Und los geht's. Oh, das hat irgendwie nicht so funktioniert wie ich dachte, aber ich glaube wir haben ihm zumindest schon mal zum Schaden zumindest zugeführt. Wenn du meinst, ist eine ziemlich traurige Weltsicht, muss ich sagen. Aber gut. Sie wird nicht letztendlich ins Grab führen. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. So, verpassen wir ihm mal ein paar Schläge und gehen dann wieder schön auf Abstand. Er lässt uns ja Zeit, das ist das Gute. Ich fürchte, er wird noch mal irgendwann eine zweite Stufe einlegen, wo er dann ein bisschen mehr Tempo drauf hat. Oh, das war knapp. Ja, ja. Fang das. So, er hat schon ordentlich was kassiert. When his eyes traps you, let me heal you. Oh shit. Ja. Heil mich. Gut. Oh, okay. Shaka's came. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gemacht hab. Shaka's kam, mein ich. Ich glaub das ist jetzt schon die zweite Stufe, kann das sein? Wie weit kannst du fliegen? Okay, wir sind irgendwie drüber gekommen, aber ich hänge mal wieder fest. So, zumindest haben wir eine kurze Verschnaufpause. Ich kann seinen Goldrush mit Shaka's Rath stoppen, wenn ich es gerade richtig reingehe. Okay. Das war also das, was ich gerade gemacht hab. Gut zu wissen. Wow. Ja, lassen wir doch mal einen Moment Zeit, Alter. Das war jedenfalls nicht das, was ich gerade machen wollte. Ich wollte eigentlich mich heilen. Genau, dankeschön. Und da kommt wieder sein Erbe. Komm ich da drüber? Ja. So, jetzt bist du auch mal wieder dran. Okay, kurz Abstand gewinnen. Bisschen was an Power sammeln. Alles klar. So. Burning Cross. Jetzt haben wir ihn ordentlich was verpasst. Ich glaube, jetzt ist wieder Zeit erstmal ein bisschen zu sammeln. Ich darf halt nicht aus den AP rauskommen, ne? Komm. Verreißen wir das. Okay, super. Es ist interessant, dass es hier tatsächlich einiges an Errungenschaften dafür gibt, wenn ich einfach bloß seine Attacken unterbreche. Oh, habe ich dich erwischt? Das war so ein Ärger. Das war's dann glaube ich für dich. Nimrod ist besiegt und wir haben eine neue Waffe gekriegt. Das klingt gut und einiges anderes Zeug zum Ausrüsten. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber erstmal den Sieg genießen. Und dann den Sieg genießen. Oder sind wir doch noch nicht fertig? Ich bin hier. Oh, wasser! Oh, wasser! Ah! Heey! Dieke macht's up! Let's go! Ah! Oh, wasser! Ah! Oh, wasser! Es sieht nach einem ziemlich ausgegliesenen Kampf aus. Das ist noch nicht vorbei. Bodiab wurde verwendet, um die Flüchtlinge zu verabschieden. Das Flüchtlinge ist für die Exploitation von Menschen von Menschen. Ich bin tot. Aber alle Koros werden kämpft, um das Geschäft zu verabschieden. Und ein neues Nimrud wird emerge. Es ist zu viel Geld in es, um der Throne von Bodiab zu bleiben. Ich werde die Flüchtlinge verabschieden. Wir werden die Flüchtlinge verabschieden. Der König? Gut, Glück. Ich werde mich über die Great Veil verabschieden. Ich werde mich über die Verabschieden. Hahaha Ahahah Ahahah It's over We done with the course Thank the ancestors Who were with me in this battle Let the souls of the victims rest peacefully behind the great veil By burying Nimrud and us gang I was able to retrieve his Isao pass We won't be considered immigrants anymore now Let's continue our journey towards the city of Isao You have happily Blah, excuse me You have rapidly obtained your first soul pillar I hope that we will win the others as quickly We really need to be less naive Out of Zama people are deceitful and brutal Let's avoid falling into such traps again Yes, but Why but? How will we know when we must help someone and when we shouldn't? If we had not followed Onya, we wouldn't have enabled your Orion to grow You're right We'll just have to move on and do our best We've got this far by being faithful to ourselves In my opinion, we should continue and we will find our path Wait a minute What's going on? Are you tired? No, it's my suit It's vibrating strangely Seems like it has absorbed something Okay I'm able to use ice spells now My suit must have absorbed the technique during our confrontation with Nimrud It seems like it is transmitting part of this information to my suit too Must be one of those synchronization powers Nama Yoda was speaking of Okay Okay Here with the mice And so and Aaron have new techniques Reach the city of Isao to obtain the support of the king Prosama Horozo Thank you You